Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf Maxify, auf dieses Video hier, vor 11 Monaten. Die Canon EOS 2010 für 299 Euro. Saturn, du kannst mehr. Ah, man muss los, Bruder. Willkommen zu einem kleinen Mopvlog mit den kleinen Simba als Tag aus heute. Ja, 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 da freut sie sich. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich so genau machen soll, deswegen zeige ich euch mal ein paar Tricks, was das alles draufhaut. Auf jeden Fall süßer Hund. Ähm. Später wollte ich dann noch mit ihm rausgehen auf den Garten oder oben zum Feld bei uns. Und vielleicht spiele ich gleich nochmal ein bisschen mit ihm und ja, zeige es mal, was du kannst. Okay, mach, 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 mach Sitz. Ja, fein. Und jetzt, geh mal Foto. Ja, fein. Andere? Andere Foto. Foto? Ja. Musst du dir die Hand wechseln. Ja, hast du fein gemacht. Was kannst du noch? Mach Platz. 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 Nein, nein, nein. Sitz. Erwischen die Foto, geh, bevor ich was sage. Mach Platz. Ja, sieht man gar nicht so genau. Ja, fein. Okay, Leute. Auf jeden Fall witzig. So. Entschuldigung, Leute. Hast du gut gemacht. Oh ja, du bist eine schöne Kameradrin. Weißt du, mach ich dich perfekt. Willst du mal Foto geben? Ja. Andere Fotozeite. Hey, komm. Komm nochmal. Oh, oh, jetzt ist er weggegangen. Und jetzt drehen. Nochmal drehen. Bewegt. Ja, fein gemacht. Guter Simba. Wollen wir draus mit Beispielen, Simba? Hm? Beispiel? Beispiel, ja? Okay, Simba. Dann lass uns jetzt ein bisschen spielen. Okay. Das ist doch freundlich. Auf jeden Fall, Leute. Der Hund ist ganz okay. Ich würde auch gerne so einen Hund haben. Ich würde auch gerne so einen Hund haben. Und irgendwie, Leute, Maxi feiert voll die ungewöhnliche Stimme. Also, obwohl er mal in einem Video gesagt hat, er ist 21, so eine Stimme mit 21 Respekt. Oh, wie süß. Ja. Welche Feinden gemacht. Wollen wir zum Wald gehen? Wollen wir zum Wald gehen? Ein einfaches Ben hätte mir gereicht, das ist ja, aber nein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Wald. Und da will er schon mit anderen Leuten spielen. Was meinst du? Sieht das nicht nach einem guten Platz aus? Für eine Montage, hm? Ja. Ja? Der hat auf jeden Fall Spaß, ne? Soll ich da aufhören hier, Leute? Wenn er nicht mehr kann, er frisst irgendwie alles, was er findet. Und jetzt setzt er sich wieder hin. Und jetzt will er wieder in den Stimme fressen. Ach, Simba. Warum tust du mir das an? Wir haben es nicht mehr weit. Okay, ich würde sagen, wir machen es schnell. Einsprung. Wir sind jetzt endlich da, wo wir hinwollten. Die Sonne geht gleich unter. Dann haben wir einen schönen Ausblick nach da hinten, überall. Und ich würde sagen, wir warten so lange, bis die Sonne untergeht. Dann machen wir ein kurzes Intro, ne, Simba? Der fängt jetzt wieder an, Grat zu essen. Ich würde sagen, ich gebe ihm erst mal was zu trinken. Ja, trinkt schön aus meiner Hand. Okay, Akkus gleich alle. Ich würde sagen, dass wir noch schnell das Intro ausnehmen. Danach geht es direkt nach Hause. Und Simba frisst wieder irgendeinen Stock. Ne, Simba? Schmeckt der Stock? Jo, und hier schmeckt. Jetzt hängt irgendwie seine Leine und das über Wasser. Und ich würde sagen, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir zu Hause sind wieder. Leute, wenn ihr wollt, dass ich mehr von sowas mache, dann schreibt es in die Kommentare, ach, wenn ich mal auf eure Videos reagieren soll, schreibt alles unten in die Kommentare rein. Checkt mir letztes Video aus. Äh, Grußvidee Teil 2 und Grußvidee Teil 1 ist auch cool geworden. Und dann, ja, dann gucken wir mal weiter. Okay? Ja. Küche Raute. Tschüss. So, Leute, ich denke, das war es jetzt erstmal mit dem Vlog. Ich habe das Mikrofon auch gewechselt, dass ich Simba noch ruhig schlafen lassen kann. Und wenn euch der Vlog gefallen hat mit Simba, dann lasst auf jeden Fall eine Tatze nach oben da. Es hilft unglaublich viel und dauert ein paar Sekunden. Und, ähm, falls ihr noch weitere Fragen zu Simba habt oder was für ein Vorteil er ist, schaut einfach in die... Das gleiche bei mir. Mit einem Like. ...Videobeschreibung vorbei oder schreibt einen Kommentar, falls ihr Fragen habt. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr die weiteren Abenteuer von Simba sehen wollt, dann schaut einfach auf Instagram vorbei. at Simba, der Mops. Ja, ich denke, das war richtig. Oder klickt einfach den ersten Link in der Videobeschreibung an. Dann kommt ihr zu Simbas Instagram-Seite. Und das war es jetzt mit diesem Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Genauso wie bei mir, Leute. Ich habe noch ein bisschen extra Fotos von Simba gewonnen. Ich habe noch ein bisschen extra Fotos von Simba gewonnen. Lasst es mich auch wissen. Ich dachte, ich zeige euch das einfach mal. Da war ja, glaube ich, so acht bis neun Wochen alt. Ich bin mir nicht genau sicher. Genieß es einfach. Nach dem Clip endet's. Bis dann. Ciao. 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 Okay, Leute. Also, wie fandet ihr den Hund? Schreibt es mir in die Kommentare. Und schreibt auch rein, ob ich irgendein anderes Video reagieren soll. Simon Matthews. Das neue Lied von Capital. Bra. Auf das hier. Was sehe ich schon in fünf Monaten halt. Was soll ich reagieren, Leute? Ich weiß nicht mehr. Also, ich will jetzt halt machen, was euch gefällt. Was soll ich das hier machen? Ich könnte doch hier von Kidmaid oder hier nochmal von Maxi fallen. Alles klappt. Boah, auf das kommt super sehr hier, ne? Oh, das. Okay. Also, ich mach noch ein Video, wo ich darauf reagiere. Das kann ich einfach nicht lassen. Also, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt es unter ein Grußvideo, unter irgendeinem Stream-Video. Lasst ein Like da. Abonniert. Wir sind kurz vor den 20 Abonnenten. Äh, und? Äh, und? Ja, ich habe den 5-8-1-2-3-4-4-5-0-8-3-4-5-5-8-6-6-6-6-6-6-6-6. Also, ich habe den 5-8-3-5-5-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-7-6-6-7-6-7-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-7-7-6-6-6-7-7-6-6-6-7-7-6-7-6-6-7-6-6-7-7-7-7-6-7-7-7-7-8-6-7-7. Untertitelung des ZDF, 2020